Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde DayZ auf Tscherno Island, äh ne Quatsch auf Tschernarus Und ich wurde wieder erweckt, die beiden haben mich geholt Sie sind so nett und ich hab sogar wieder ne Beisen Aber kein Rucksack, ich hab nischt Achso, mit dabei sind Alpha und Bundy Ja, hi, sayos DayZ Okay Vorschlag? Du brauchst n Rucksack erst mal, dann kann ich dir leckende Sniper zurückgeben Meinst du nicht lieber äh Wir sind echt nach Elektro? Na gut, dann gehen wir Elektro Obwohl wir sind hier eigentlich äh Äh, SD Mann Zombie, Zombie, Zombie Onkel Ja Okay, wir sind hier Na Ihr habt die Karte Ich lieg Eigentlich näher an Soldici, oder? Warte an Wie hieß das Kaff? Da hinten ist ein Boot Alles klar, wir bauen das Boot zusammen und dann fahren wir rauf Nach, 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 äh Balota Oder? War doch Balota, oder? Quatsch Barenzino ist oben Barenzino Meinst du auch Mal gucken ob das Boot flott ist Oder was fehlt Sicherheit Benzin Na ja, da ist der kleine Factory Oder sollte gleich ne Factory sein Onkel, du darfst Och Ach Das gibt's doch nicht wir sind hier alle Es ist Wääh 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 Noch einer Entschuldigung? Noch einer Meine Fresse, was ist denn hier los? Hinter uns... Oh, ich würde euch ja gerne helfen, aber dann kommen wieder alle. Zombies hier Gibt's denn die Fotzen nicht... Äh... Alles Fotzen außer Mutti Da wollen wir uns das Boot mal startklar machen, oder was? Ey, das gibt's doch nicht, schon wieder ein Zombie Deswegen rennen wir jetzt dahin. Lass mal gucken, was alles fehlt Ich hab schon oft Bodo gefunden, da hat echt nur Sprit gefehlt Ja, hatte ich auch schon eins gefunden Was, schon eins, hä? Ein fertiges Boot, da hat nur Sprit gefehlt Na, umso besser. Da steht eventuell sogar irgendwo ein Kanister rum Aber das ist ein Fischerboot, ne? Das ist äh... Extrem langsam Ja Ja, da können wir ja mal mit dem Boot wenigstens da hinfahren, wo wir hier das andere Boot finden könnten Da oben können ja noch viele andere schöne Sachen sein Zum Beispiel Busse Oder Autos Ach, da oben meint ihr? Bei unserem Schlafboot Mhm Wenn wir mal den Bus geklaut haben Das wurde ins Vordernese weggeschnappt Ah, dafür haben wir uns dann deren Bus geschnappt Wir müssen nur ab und zu mal anhalten und Feuer machen Weil wenn wir Boot fahren, geht die Temperatur runter Wie viele können überhaupt in so ein Boot rein? Hm Weil wir werden schon reinpassen Ach so, so ein Boot hier hatte ich doch noch nicht Das ist aber so ein Fischerboot Ich dachte, was ist, ich hatte aber ein Fischerboot, das war so ein großes, altes Verrostetes Boot, das war ja größer Na, schauen wir mal Ob ich mal schnell in das rote Haus durch hinten gehe, wenigstens Da steht da ein Rucksack drin Ja, wir kommen gleich mit Wir gucken erst mal ins Boot und dann kommen wir noch mal ins Haus, oder? Wollt ihr erst ins Haus? Wie geil Ja, wenn wirklich nur Sprit fehlt, können wir erst mal hier in die Halle rein Na, erstmal gucken, ob nur Sprit fehlt, oder? Ja, wir gucken mal Mach mal, tun wir mal, mach mal, tun wir mal Ja, das ist so eine Klapperkiste Ah, hier liegen sogar ein paar Spielerleisten Oh, ho, ho Da kannst du dir einen Rucksack nehmen Stimmt Ja, sechs Platz Rucksack Der eine hat eine Axt Ein Pepsi Hey, da ist alles drin Geil Auch Sprit? Ja, Sprit ist drin Voll? Nee, fast Also, na gut Drei Drei Vorder Machen wir mal kurz aus, ich renne mal fix in die Halle Vielleicht findet man ein Kanister Weil irgendwann müssen wir tanken, auch wenn er voll ist Was ist denn jetzt? Warum hast du nur deine Beisen weggeschmissen? Wo sind die? Ich hab die nicht weggeschmissen Ich hab die nicht weggeschmissen, ich hab bloß die Axt aufgehoben Ja, nicht Bevor du die Beisen wieder nimmst, mach mal die Axt in dein Tool Kann ich schon Achso, genau, du kannst einmal in meinen Rucksack gehen Ich hab dir ja Zeug mitgenommen hier, Kompass und, und Warte und so Ja, aber wenn du selber Was, wenn ich's dann nehm, nimm dir raus alles Ich hab das ja schon Oh, kein Kompass Hier ist ein leerer Kanister Dankeschön Kann ich nur noch ein Morphium und eine Blutgrenze aber nehmen? Ja, nimm dir raus Oh Okay Wir haben ein volles Boot und einen leeren Kanister Wollen wir den noch irgendwo voll machen oder erstmal losfahren? Nee Wartet ihr mal ganz kurz hier hinten, ich geh mal schnell ins Haus Ich guck mal, ob da ein Rucksack liegt Ja, okay Wenn nicht, dann nimm dir hier den Sechsplatz Rucksack, ist besser wie nix Drecksvieh Das stirbt aber auch nicht Wir haben ein Boot, ist nix verstaut Ist hier irgendwo ne Tankstelle? Wollen wir's mal hoffen, das ist ja nicht mal die Hälfte, was das Boot hat Was ich glaub Was ich glaub Jetzt vielleicht der Mann kann das noch mitnehmen sollen, wa? Ich hab einen gefunden! Im vollen? Ne, aber Tankstelle Achso Was waren die der rennten Zombie hinterher? Jaja, lass ihn Ach fuck, das ist nur ein kleiner Ne, da hinten steht ein großer Ich häng erstmal die Zombies ab Da hinten steht noch ein großer Ja, ich seh's Ich häng erstmal die Zombies ab Gehen wir schnell in die Halle da hinten Heatpack, Heatpack Ja, die können wir auch mitnehmen So viel wie ihr findet Die brauchen wir Nichts in dem Haus Nichts Ich komm wieder zum Boot Ich hab hier noch so ein kleines Zombie-Problem Hier ist Crab Metal Ein Tank Ne Angst Gehen wir noch ins Nachbargebäude